Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games mit wie viel seid ihr eigentlich? Drei. Anderen sagt mal eure YouTube-Kanal-Dingens-Omens. Ja und die sind auch verlinkt in der Beschreibung. Sehr gut. Ja, eigentlich sind wir ja noch einer mehr, aber... Ja, bei ihm hat das Internet nicht geklappt. Er ist einfach so Bobby. So, ich wechsle nochmal Textgepack. Ich hoffe, dass Minecraft jetzt nicht abstürzt. Das war so richtig scheiße. Okay, für Brees Eile. Es geht in... Ja, sorry. Also die Map habe ich erst zweimal gespielt. Yay. Ich folge euch einfach. Ich kenne die Zauber, die ist irgendwie scheiße. Nein! Ich muss schwimmen. Oh, verkackt. Ja, ich auch. Nein, ist ein Steinschwert. Oh, jetzt habe ich zwei solche XP-Boardless, aber ein Schwert habe ich nicht. Ey, ey, ey. Ey, 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 wo... Hier, ich bin ein Spawn. Okay, wo seid ihr denn? Paco, wo bist du? Ähm, Spawn sind wir. Wir warten hier. Ja, lass mal irgendeine Route gehen. Hier, komm. Ey, wo seid ihr? Okay, komm. Okay, er ist da. Komm, wir folgen... ...alle. El Mundo-Players. Was soll ich denn Gamer-Tech in Minecraft? Das kenne ich noch gar nicht. Paco, ist echt jemand draufgeschubst. Oh, kackeverdammte. Paco, was ist denn dein Gamer-Tech in Minecraft? Ja, das sieht. Ja, ich weiß, dass ich eben nicht so hab. Wow, ich werde geschlagen. Ja, lauf weg. Hey, du hast ein Steinschwert, Junge. Ja, trotzdem. Ja, ich hab noch Abel-Herz. Ey, Tob, ich bin auch gleich tot. Scheiße. Warte, rennt mal weg, rennt weg. Ich töte den jetzt. Ich töte den. Mach ihn down. Mach ihn down. Komm, Alter, jetzt fisten ihn tot. Pissen den, Junge. Nehmt euch die Schwerter. Ja. Carlos hat die Lupe gemacht. Ich hab überhaupt nichts. Yey. Ja, sieht so. Ey, guck mal hier. Du kriegst eine goldene Karotte von mir. Wer steht da oben? Alter, der Sound ist einfach mal so laut. Boah. Da oben steht irgendein Typ rum. Hilfe. Ey, komm, den töten wir jetzt. Komm, genau den. Das sind zwei. Guden. Ach, da. Oh, ja. Aufpassen. Ah, nee, nee. Scheiße, haben die Waffen? Ich hab keine Waffe, ich darf nicht vorgehen. Ich hab diesen runtergegangen. Ey, die sind runtergegangen. Ich hab diesen runtergegangen. Ey, Leute. Ich hab jetzt noch was zu essen. Ne, leider nicht. Oh, scheiße. Ich hab eine Gute. Wollen wir nicht lieber auf Kissen zu gehen? Achso, oh, sorry, 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 sorry. Ey, dort hinten, komm. Ey, lass doch nicht so viel Schnellzählen, sondern lieber auf Kissen sogar gehen, damit wir auch was bekommen. Ey, wir kriegen noch so auch was. Ey, könnt ihr nicht mehr boosten kurz? Ich versuch's, sondern ich komm nicht dran. Ich versuch's, dich zu boosten. Okay. Nein. Kriegst du schon. Boah, ich hab nur noch drei Herzen. Achso, ja, dann das lieber nicht schlagen. Kannst du viele Herzen hast du? Wie ist dein Vorstand? Voll. Okay, dann kann ich dich ja schlagen. Ey, wie leckt das? Ey, wie leckt das? Bunt nicht mal. Bunt nicht mal. Fenty vote. Warte. Gleich. Er ist gleich in der... Er ist gleich im Links. Er ist gleich im Vulkan. Ja, er wird schon drauf gehen. Ja, gut. Ist es eigentlich vor Zeitverschwendung alle zu viert auf ihn drauf zu gehen? Ja, er ist doch. Okay, Paco, brauchst du ein Schwert? Ja, sogar ziemlich dringend. Hey, Lukas ist da ganz alleine. Ja, Mann. So. Alter, wir haben so gar nichts. Ey, ich mach das schon. Wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir wieder zurück? Die Map ist halt auch richtig klein. Das ist ein kleiner Nachteil an der Map. Okay, gehen wir zurück. Gehen wir zu dem Stück, oder? Nee, da... Ach, okay. Ja, doch. Ich würde sagen, komm, lass drauf gehen. Vielleicht ist da noch jemand. Ja, nee, hey Lukas ist da ganz hinten. Lukas, komm mal jetzt zum Schiff. Ey, dort ist einer. Seid nicht jemand. Beim Schiff. Lauf ins Wasser, lauf ins Wasser, lauf ins Wasser. Nein, Mann. Ich mach den jetzt weg. Oh, fuck. Ah, ich bin gestorben. Ich mach den jetzt weg mit meiner Hand, Junge. Den smashen wir jetzt weg. Ah, den kann man nicht spektraten, oder? Das ist scheiße. Der sagt, dass er den Loop singt. Das ist nicht ein Ziel. Was sehen? Ähm, ähm, eher verfolgt. Komm, nee, den machen wir jetzt down. Da hinten ist einer in der Ecke. Ey, pass auf, gleich werden wir irgendwie so bangen. Okay, komm. Komm, komm, komm. Yay, sie teilen sich auf. Ja, das ist gar nichts. Also, ich geh wieder in Richtung Piratenschiff und verfolge den Anschiff. Fass! Ich hab ihn. Hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Ich lebe auch noch. Scheiße. Ich hab für dich ein Steinschwert, fällst du noch ganz aus? Ja, ich hab schon eins. Was ist eigentlich stärker? Eisenachs? Okay, gleich stark. Dann kann man nicht mehr blocketen und so. Und ich habe eine Endapare. Ey, wie kann man spektaten? Geht gar nicht. Geht wirklich nicht? Okay. Dann gehen wir mal aufs Schiff. Warte mal, bleib mal stehen da, die Schuhe. Hier. Boots. Danke. Okay, wo bin ich jetzt? Dann komm mit aufs Schiff. So, ich meine Endapare. Ne, die Endapare behalte ich lieber. Ich glaube, da war noch keiner drauf. Ja, aber irgendwie ist das schon komisch, weil der hat mich irgendwie mit zwei Schlägen einschlag besiegt. Vielleicht hat's gelegt. Ah, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Weil, dich hat ja noch einen Einschlag besiegt. Und zwei Irrenschnitzel leckt auf jeden Fall. Paco, hast du noch Essen? Ja, sogar eigentlich relativ viel. Drei Melonen, eine Pilzsuppe, eingebratene Schweinefleisch und zwei Fische. Und noch eine Pilzsuppe. Kannst du mir was geben? Ja, komm, ja. Hier, Pilzsuppe. Okay. Viel Glück. Ja, das Schuh ist schon gelootet. Okay, dann wieder raus, oder? Hm. Okay, wohin jetzt? Dann. Ey, lass mal zum Spawn gucken. Vielleicht sind ja noch irgendwelche Kämpfer. Freestyle! Hui! Loll, der brennt. Guck mal, wer nicht bin gleich vor dir? Tita, Tita, er teleportet sich. Okay. Boah, du Hacker. Ich weiß nicht, aber es ist total. Du hast dich ja Nodus. Hm. Das schafft man nur mit Nodus. Es gibt ja keine Enderperlen oder sowas. Nein. Diese Namen Enderperlen habe ich gerade ganz frei erfunden. Ja, die gibt's ja nie, ja. Die kriegt man nur, nicht nur das Wesen. Ich mach mir jetzt ein Brot. Viel Spaß. Ihr, ihr erinnert mich die Landschaft bisschen an Far Cry. Die Silke 2. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ich schon. Und es ist echt geil. Ja, schon, ne? Ähnlich, ähnlich. Hm. Aber viel kleiner. Okay, da bist du. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Hä, war das das, das ist ein anderes Schiff, oder? Äh, dann gehen wir mal da hin, genau. Wo wir in diesen Felsen gehen. Keine Ahnung, was ist denn näher? Das Schiff. Ey, nicht mehr. Das Schiff. Boah, ich bin echt zu blödig. Ich hüpfe immer auf diese Teile rauf und dann wieder runter. Hm. Das Schiff ist sicher auf. Ich hab so gut wie gar kein Rüst hier. Scheiß. Ich weiß gar nicht, da unten ist ne Piste, glaube. Ich bin drauf. Oh, die wurde auch schon, die ist schon leer. Das Schiff wurde auch schon leer. Ja, okay, dann führen wir gleich zu dem Turm rüber. Und wieder... ipscher Trick-Jump irgendwas. Ich komm nicht rauf. Scheiße. Okay. Ich bräuchte dann halt noch ne Hose, dann hab ich ne komplette Rüstung. Hm. Warte mal kurz. Ich werf mal ein bisschen was weg. So schon, ihr Schwerter braucht ja niemand. Was hab ich hier noch so? Äh. Okay, ich werf dann was raus, wenn wir auf dem Turm sind. Wow, bist so schnell. Übertreib mal nicht. Hä, wie geht's denn hier hoch? What? Ich glaube... Du wirst weiter links. Nein, ich hab mich nicht mehr drauf. Rüst an dem Wasser. Huuu. Loll. Haha. Ich hab einen Schlag gebraucht. Was? Kannst du einfach... Es hat dich jetzt also gelohnt. Ach du Scheiße. Ja, ich glaub das Platz nicht richtig. Rüstung haben ich... Naja, das... Warte mal. Schmeiß meine Leder. Tschüss, Peyton. Äh, ich glaub sogar das Goldbette ist, oder? Ja, dann gibt's Goldbette. Ja, das liegt hier unten. Hm? Geh mir drauf, ich guck dann noch, ob ich noch was hab. Lalalala. Lalalalala. 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 ソ- So, ich hab's drauf geschafft. Wie hab ich noch... Ich bin über das Nichts geklettert. Pro... Ok. Oh, was? Nein, sch! nothing! immer runter ich muss sagen ich habe keine jump and run skills ich auch nicht ach du scheiße ich mag da hoch ich bin runter gefallen da geht zu jetzt schon länger ich kann mir echt nicht hoch ich bin oben und die kiste ist schon wer wie hier ist ein ofen unglaublich und eine workbench leute ist ein jump and run im turm ich gehe mal in der hoch da oben ist eine kiste wo oben ja hier ist das match sie achten oh mein gott viel glück viel glück für glück okay ja hofft ihr werdet die also festen oh gott was ist das für eine arena schade ich bin ich lass den erst mal zusammen sind nur noch drei das geht das ist sicher nicht mehr schwer jetzt aber das ist nur so wie sein der kopf eigentlich eisenschwert ich will ja was ich eine hose warum habe ich jetzt plötzlich ein eisenschwert ich soll steinschwert nehmen okay ja macht wie du willst egal hatte ich bin ich bin der rechte von den herzen gg ich würde sagen eine faire runde ein gutes game würde ich das sagen dg genau anstatt gg schreibe ich habe okay und ich würde auch mal sagen das war es dann schon mit der aufnahme und sagen wir dann einfach mal alle tschüss